malzeit und willkommen meine eierköpfe diesmal kein motorvlog sondern ein ja wie nennt man das computervlog kein plan ich habe ja mal erwähnt in einer der letzten videos da habe ich ja meine cpu abgeholt mit motorrad und dass ich mir einen computer zusammenbau schon allein für die ganze youtube geschichte für meine fotografie damit ich einfach viel mehr power habe und viel mehr rechenleistung und ja hier seht ihr schon ein paar ausschnitte von der hardware die ich mit zusammengestellt habe teilweise neu teilweise gebraucht und ich glaube da kann ich eigentlich ganz stolz sein für mich auf meine bedürfnisse ein gutes system zusammengestellt zu haben wie man hier sieht einen neuen reisen 5 3600 sechs kerne 12 threads hat genug leistung für meine youtube geschichten auch zum zocken reicht das gut aus dazu ein msi b 450 gaming plus max mainboard ganz wichtig gerade für die aktuellen cpus dann wie man hier sehen kann ein amd red prison kühler mit led und rgb beleuchtung gskill trident z rgb arbeitsspeicher ich glaube das sieht ganz gut aus dann eine mvme ssd für richtig schnellen speicher gerade für windows und die ganzen programme habe ich einen relativ kleinen speicher genommen 256 gb für system reicht das hier meine schon vorher vorhandene ssd 500 gb für ein oder andere spiel und für programme reicht das locker aus dann eine grafikkarte eine rx 580 8 gb habe ich günstig bei ebay ersteigert auch corona macht von meinem computer nicht halt in diesem fall heißt einfach nur der rgw lüfter so der äußere ring ist beleuchtet sie glaube ich ganz cool aus wenn wir ja gleich sehen ja für die konnektivität eine wlan karte im nachhinein nutze ich sie jetzt nicht so stark da ich ja im keller meine katakomben habe und bis ganz oben habe ich eine andere lösung jetzt gefunden verbaut wird alles hier ein euro cool drift gehäuse relativ günstig hat auch rgb am start da gibt es natürlich erst noch ein paar bilder vom zusammenbau leider habe ich das nicht gefilmt sondern nur bilder gemacht warum auch immer naja den lüfter habe ich natürlich getauscht durch mein corona lüfter der ist hinten an die rückwand gekommen das kann man nachher sehen der ssd habe ich eingebaut auf der vorderseite damit man die auch sehen kann weil ich finde die passt einfach stimmig schwarz-rot hier das thermaltake smart rgb netzteil was ich mir neu geholt habe aber dann das schöne mainboard von msi was ich eben erwähnte habe ich den prozessor drauf gesetzt den kühler drauf gesetzt angeschlossen und per usb mit dem mainboard verbunden damit ich auch die rgb nutzen kann so arbeitsspeicher nvm e drauf gesteckt war super einfach war für mich auch das erste mal hier sieht man noch mal das gesamtpaket mainboard reingesetzt war super einfach war die grafikkarte und die wlan karte noch eben drauf gesteckt und das war es dann schon jetzt sieht man die ersten fotos die ersten startversuche rgb ein bisschen eingestellt ja so sieht das natürlich dann in live aus na gut jetzt spiegelt natürlich das glas hätte ich vielleicht vorher mal abmachen sollen aber ich denke man kann das ganz gut erkennen da oben der blaue corona lüfter ich habe es natürlich jetzt gerade da in dem fall nur blau eingestellt was ich super finde gerade bei dem mainboard dass dieses gaming plus rot beleuchtet ist die red devil edition von der grafikkarte rot beleuchtet ja ich denke mal anhand meines motorrads kann man ja schon wissen dass rot und schwarz meine lieblingsfarben sind zusätzlich habe ich mir natürlich noch drei lüfter rgb lüfter auch von aerocool besorgt weil in frontgehäuse ist ja noch genug platz dafür das kann man jetzt sehen da habe ich sie schön vorne platziert und allein schon verdammte axt wie heißt das genau den airflow positiv zu beeinflussen dann hier noch mal kleiner star wars freunde kalorien passen zu meinem helm natürlich und wie man jetzt gleich auch sehen kann es auch mehr an star wars gewonnen da meine schöne computerecke hier auch ein msi 27 zoll monitor ja und das war es soweit eigentlich schon habe ich den computer jetzt fertig und dieses video habe ich jetzt auch schon darauf geschnitten quasi mein erstes video auf den neuen computer also wir sehen wir uns bald wieder und tschüss